Guten Tag, mein Name ist Evelin Farkasch, das ist meine Kollegin Frau Schulze. Ich begrüße Sie sehr herzlich zu der Prüfung Startdeutsch 2. Die Prüfung hat drei Teile. Wir beginnen mit dem Teil 1 und wollen uns ein bisschen kennenlernen. Zuerst stelle ich mich Ihnen vor. Ich bin Deutschlehrerin von Beruf. Ich komme aus Deutschland, lebe in München, lebe sehr gern in München. Ich spreche einige Sprachen, Deutsch als Muttersprache. Ich spreche aber auch Ungarisch und ein bisschen Englisch und Russisch. Neben meiner Arbeit habe ich auch Hobbys. Ein Hobby ist Wandern in den Alpen oder an der Ostsee schwimmen oder für meine Familie kochen. Nun wissen Sie etwas über mich. Bitte stellen Sie sich auch etwas vor. Diese Wörter können Ihnen helfen. Beginnen Sie bitte. Ich bin Amin und ich bin 25 Jahre alt. Ich komme aus Saudi-Arabien und ich spreche Arabisch, Englisch und ein bisschen Deutsch. Und ich bin Arzt von Beruf und meine Hobbys sind Schwimmen und Fußballspiele. Arbeiten Sie in Saudi-Arabien als Arzt? Ja. Und welche Spezialität haben Sie? Chirurgie. Aha. Und warum lernen Sie Deutsch? Von beruflichen Gründen. Ich möchte arbeiten in Deutschland. Oh ja, wir brauchen viele Ärzte im Moment und Chirurgen besonders. Dankeschön. Und jetzt Sie bitte. Ja. Mein Name ist Yahya Al-Zahrani. Ich bin 39 Jahre alt. Ich komme aus Saudi-Arabien auch. Aha. Ich wohne in München, im Marinaplatz. Meine Mutter lange spricht Arabisch, aber ich spreche Englisch mit dem bisschen Deutsch. Ich bin Arzt im Beruf, Neurologie. Mein Hobby ist auch Schwimmen mit Reisen. Und wie lange sind Sie schon in Deutschland? Vor zwei Monaten. Aha. Ich habe wohl zwei Monate. Und wie lange lernen Sie schon Deutsch? Vor sechs Jahren. Sechs Jahre. Ja. Also zwei Ärzte in Deutschland. Ja. Das ist sehr interessant. Danke. Bitte. Das war der erste Teil der Prüfung. Wir kommen nun zum zweiten Teil. In diesem zweiten Teil sollen Sie ein Gespräch führen über ein Alltagsthema. Unser Thema ist das Wochenende. Als erstes wählen Sie bitte jeder zwei Karten. Okay. Und ich habe für jeden von Ihnen noch eine freie Gesprächskarte. Okay. Meine Kollegin und ich, wir geben Ihnen ein Beispiel. Wohin gehen Sie am Wochenend zum Essen? Am liebsten esse ich zu Hause mit meinem Freund. Und, ähm, aber manchmal gehe ich auch zu meinen Eltern. Ach. So, also ist das gedacht. Sie fragen, Sie antworten wie ein Pingpong. Ja? Können Sie beginnen? Ja. Mit wem gehst du ins Kino am Wochenende? Äh, mit, äh, meinem Frau. Äh, dann geht's, äh, so, äh, Supermarkt am Wochenende. Äh, am meisten, äh, am Sonntag. Äh, was machst du gehen am Wochenende? Äh, zum Kino gehen. Äh, viel lang, äh, Spielen gehen, Fußballspielen am Wochenende. Äh, ja, manchmal, äh, zwei Stunden am Samstag. Und, äh, äh, wie lange schläfst du am Wochenende? Äh, zehn Stunden, äh, zehn Stunden. Zehn Stunden. Äh, was machst du heute Abend? Und, äh, was machst du am Wochenende? Äh, ich beziehe hin und, äh, äh, mit, äh, Freund, äh, Triffeln. Ja, ist okay. Ja, das war der zweite Teil. Darf ich die Karten zurückhaben? Ja, bitte. Bitte schön. Danke schön. Es bleibt der dritte Teil. Im dritten Teil sprechen Sie über einen gemeinsamen Abend. Sie wollen zusammen an einem Abend etwas machen. Jeder hat Ideen, andere Ideen. Sprechen Sie über die Ideen und finden Sie am Ende eine Aktivität. So, was machst du heute am Abend? Äh, ich möchte so, äh, mit meinen Freunden treffen. Ja, aber lieber, wie können, äh, kochen? Nein. Ich habe nicht gut, gut kochen. Meine Frau ist gut kochen. Was denken Sie? Äh, Musik hören. Was tun? Das ist langweilig. Ich denke lieber, wie können Spazierin gehen? Ähm, nein. Warum? Heute? Ja, heute Abend. Ich habe nicht Zeit heute. Magst du, äh, Fotos machen heute? Na, aber am Abend, das ist sehr dunkel und, äh, ich denke, Grillen ist besser. Ist okay. Grillen? Grillen? Ja, das geht. Ja, das wird. Okay. Gut wird von mir, ja. Und wo grillen Sie? Äh, in meinem Haus. Ist okay. Gut. Sie werden kaum, ja. Warum nicht, ja. Danke. Bitte. Ich wünsche Ihnen viel Spaß. Das ist das Ende.